Ich kann Ihnen auch heute und im Zuge dieser Pressekonferenz berichten, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt drei Personen in Ungarn in Haft haben, wovon wir ausgehen, dass das hier wirklich die Spur ist, die uns zu den Tätern führen wird. Wir gehen davon aus, dass ein Täter, ein bulgarischer Staatsangehöriger libanesischer Herkunft der aktuelle und derzeitige Fahrzeughalter ist. Wir gehen davon aus, dass bei zwei weiteren Tätern, die in Haft sitzen, ebenfalls ein bulgarischer Staatsangehöriger und eine Person mit ungarischer Identitätskarte, wo wir die Staatsangehörigkeit noch nicht festgestellt haben, dass es sich bei diesen zwei weiteren Personen mit ziemlicher Sicherheit um jene Personen handelt, die das Fahrzeug gelenkt haben.